Nachdem ich ein paar technische Probleme hatte... Technische Probleme? Ja, kennen wir doch alle irgendwo her, ne? Und wir kommen zurück. Meine Grafik ist gerade... Meine Grafik ist gerade ein bisschen am abkacken. Ja, ein bisschen, ne? Ein bisschen ist gut. Alles, alles ganz, alles weg. Ich komme mit Wasser. Ja, mit Wasser? Ich gebe dem Pflanzen Wasser. Bist du hier unten? Juhu! Stimmt, das war in der letzten Runde noch, ne? Hallo und übrigens, willkommen zurück, ne? Hier... Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch was wird. Das ist ja von einem Update, aber... Ich habe hier viel mehr gepflanzt, aber das hat es irgendwie nicht mehr gehabt. Also, ja, egal. Das sind Mondbären. Ähm... So, da rechts gehe ich mal verkaufen. Wer kann hier überhaupt... Überhaupt... Ich verspreche mich zeitweise so schlimm. Ähm... Wer kann mir hier Sachen verkaufen? Also... Bei mir... Hier bei Hall kannst du verkaufen. Ähm, jetzt wirklich, ich kann hier... Nee, bei mir spinnt gerade alles. So... Oh... Uh, hier ist... Bei mir buggt gerade alles rum, das ist nicht mehr feierlich. Oh... Bei mir geht's noch. Ich kann... Dann, äh... Wenn ich irgendwas auswähle... Bei... Swords Magic & Stuff, dann ist meine Maus ein bisschen versetzt. Ähm... Und wenn du... So gesehen... Gehst... Also... Raus und wieder rein? Hä? Wenn du das Spiel verlässt und wieder... Und wieder joinst? Ja... Also... Wer hat ne Option? Warte mal kurz, ich kann doch mit dem... Ist das auch so ein flimsy Kacke hier? Standard... Standard... Okay, nee, ist nicht. Alles okay. Ich verkauf glaube ich die ganzen Quatsch für die flimsy Kacke, ne? Mann, ey... Was ist mit dem kackverfickten Huren so ein Laptop los, ey? Hier... Hier... Ich muss dir nochmal ein Gesicht die ganze Zeit scannen. Hm? Ah... Der hat so Probleme gerade. Der sagt mir... Es ist ein Problem mit Anmeldung für dein Windows... Konto... Dann scannt der mein Gesicht und dann heißt es okay. Problem behoben. Hatte ich auch schon mal. Aber nicht mit dem Gesicht. Geht's dann jetzt? Also... Oder ist da was ganz anders? Wenn du, äh... Das Spiel verlassen hast, musst du aber Bescheid sagen, ne? Dann kann ich... Ähm... Warte mal, ich starte nochmal neu. Soll ich dich nochmal einladen? So... Jetzt habe ich Dinge verkauft. Mein Inventar ist wirklich leer. Es geht nicht. Nee, es... Kannst du das Spiel nicht starten, oder? Es funktioniert nicht, diese... Back... Mein Bildschirm backt verdammt nochmal so hart rum, das ist... Unnormal... Wenn ich Spiel starten drücke... Dann... Das ist... Ekelhaft... Damage 1 bis 3... Ja gut... Speed Quit... Hm. Also wenn, wenn du reinkommst, kann ich dich auf jeden Fall hinzufügen, ne? Oder wenn er sich ja grad komplett vom Compu... also Neustart. Keine Ahnung. Ähm... Na Kollege, was möchte der eigentlich? Nichts. Ich bin... Ja, du bist... Ich bin wieder drin. Im Spiel? Also... Hm. Muss ich noch hinzu? Also zum Spiel anladen? Oder... Sag mal. Nein. Wenn ich die Einstellungen ändern will, das geht nicht. Ich muss mit der Maus irgendwie, irgendwo ganz woanders... Ey, jetzt halt mal deine Fresse, du Pizze. Ohne Witz. Hm. Und jetzt? Was ist hier denn eigentlich? Grant, im Tiefen. Ne, meine Grafikkarte packt's nicht gerade. Meine Grafikkarte... Meine Grafikkarte... Die... Die Windows ist gerade richtig am rumspinnen. Also das hatte ich jetzt selten so, dass das Windows so verdammte Scheiße baut. Okay, also... Okay, also... Hey. Weil, ähm... Ich glaub... Ne, das geht ja noch. So. Wenn ich jetzt alles... Auf einen Schirm... Auf einen Schirm... Dann kann er mir ja nicht... Sagen, dass... Äh... Alles ist... Ich hab' alle Truhen... Ähm... ... in... ... in... ... im wunderschönen... ... Rusty Anchor... ... ausgeraubt. Auch schön. Alles ausgeraubt. Was geht? Ist immer schön. Alles ausgeraubt. So. Hier ist noch... Ähm... Zeit. Hallo. Ich hoffe, dass du den Ramp's Angle genutzt hast. Ja, okay. Tschüss. Die Sardine... Ja, die Sardine. Ja, toll. Kannst mich mal. Ist alles gut? Ich weiß nicht. Der andere ist am Verzweifel, dein Freund. Ja, weißt du, was ich jetzt machen muss? Nein. Ich muss das Spiel nochmal neu konfigurieren. Also, inwiefern neu konfigurieren? Für die Grafik. Okay. Fenster. In der falschen Auflösung. Hm? Und ich kann das nicht machen, weil ich ja dieses Fenster überhaupt nicht auswählen kann. Hm. Ungünstig, muss man dazu sagen. So, wo haben die hier die Herren? Nein. Nichts. Und ich derweil klicken aber ein bisschen durch die Leute. Okay. Tschüss. Und war da ganz oben ja auch noch jemand, ne? Das ist... Das ist zum Kotzen gerade. Also, ich weiß nicht, wenn ich... Kann ich mich echt vor... Ja. Also, das ist echt mies. Wenn ich... Was ist denn hier drin? Nichts, ne? Geht nicht. Schade. So. Ähm. Hm. Ich... Wir können jetzt irgendwelche Truhen zerstören. Aber Upgrade geht noch nicht. Ich frage mich, wann das dann funktioniert. Also, in welchen Updates, Upgrades, was auch immer. Und ich hoffe, mit Leitern umzugehen geht jetzt auch besser. Weil es hat ja teilweise echt nicht gut funktioniert. Wayne! Ja, hat nichts. So. Captain Griff! Ja, der hat auch nichts zu sagen. Also, gut. Hat er was zu sagen. Not. No. I'm watching the wave. Seeing what the future holds. But, äh, yeah. Free to watch, ähm. With me, if you want. Ja, ich kann also auch mit dem Kollegen nach draußen schauen. Ist doch kacke hier. Oh. Wie geht's mit der Federmehebung? Okay. Ist tot. Ist im Ausrasten irgendwo. Autsch. Aber wir können uns ja heilen. So schlimm ist das nicht mehr. Okay. Es dauert schon noch eine Runde. Aber... Ist gar nicht mehr so schlimm. Wir können uns ja teilen. Und somit, ähm... Das ist auch noch sowas. Hm. Wo bist du? Äh... Ah, du bist jetzt wieder da. Ja, ich bin wieder da. Das hat funktioniert. Ich glaub ich jetzt zweimal auf der Karte. Komisch. Einmal als Punkt, der keinen Namen hat. Und einmal als Punkt, der einen Namen hat. Komisch. Okay. Hm. Ich bin, äh, beim... Ja. Auf der anderen Seite, wo du jetzt glaub bist. Aber... Möch ja eh mit dir, ähm... Die Eishöhle machen, ne? Ah, ja. Dann komm ich zu dir. Natürlich. Ich hab ja so viel Krempel hier mit. Das ist doch nicht normal. Jetzt hab ich schon wieder... Weißt du, ich möchte eigentlich mein Inventar schön räumen. Alles in die Bank schmeißen, was geht. Der Rest verkaufen. Aber wenn ich nur ein paar Meter laufe, schon hab ich wieder das Inventar. Nicht voll, aber halt, äh, viel Krempel wieder drin. Muss ich mir wirklich vielleicht noch das Inventar, ähm... Das kann raus. Der Quatsch kann raus. Hm. Moonstone? Ich weiß nicht. Ähm... Irgendwelche Bögen. Ach komm, raus mit dem Scheiß. Und die Slingshot brauche ich ja auch nicht mehr, weil... Zauberstab, ne? Also... Geht auch so. Man kann ja auch Honig so runterschießen. Korrigiere mich, Patrick, wenn das nicht anders geht. Also mit dem Zauberstab geht es, mit dem Bogen geht es, äh... Mit den Steinen geht es. Ach komm, ich behalte den... den Dinger behalte ich. Aber... Standard Kacke hier. Raus damit. Stinky Palm Leafs... Ist... Irgendwann... Das ist für ne Quest. Aber die habe ich nicht aktiv. Ja, das ist dieser Stinky, der... der eine Typ, der will die stinkenden. Griffin... Ich hab noch Griffins Egg. Ist auch ne Quest. Ein Griffins Egg. Es ist viel schwerer, als es sieht. Ja, okay. Du, den Quatsch, da geh ich jetzt verkaufen, dann haben wir auch wieder... Das ist echt nur mies. Ähm, du bist... am kommen. Okay. Ich bin gerade gegen einen riesen XXXXL Wildschrein am Fein. Auch schön, muss aber nicht. Das mich gerade getötet hat. Was hab ich gekauft? Ich hab ne Apule gekauft! Die ich nicht wollte! Nein! 500 hatte ich mir... Ja, toll. Ach, zum Glück. Fast zu viel wie es... Okay. Jetzt hab ich da 100 Minus gemacht mit einem falschen Klick. Scheiße. Ne, 150 eher. Komm, Krabben töten. Komm wieder ins Plus. Wieviel gibt das die scheiß Krabbe hier? Ähm, 3 und 2. Okay. Ich muss noch ein paar Krabben töten, dann komm ich. Ne, scheiße. Eigentlich egal. Bist du unterwegs oder... Du bist da wieder null, ne? Äh, ich komm. Ich bin im Dorf. Wow! Ich hab's wieder mal geschafft. Ich muss da was verkaufen. Ah, du bist jetzt... Ja, genau. Achtung! Wenn du nach unten... Wenn du nach unten siehst und dann... Ja, auf ihn klickst, dann kaufst du den Scheiß. Echt beschissen. Ich war zu schnell und hab da hier... Ja, Apule gekauft für 500. Boah, ein Iron-Großschwert. Boah, ein Iron-Großschwert. Ich bin echt zufrieden beim, äh... Use-Sword. 2 bis 4. Das heißt 5. Kein Ding. Aber da der Kollege hier ist, äh, gestorben, wissen wir es zusammen. Und die Folge ist zu Ende. So kann's gehen. Ja. Hm? Ja, nach technischen Problemen funktioniert jetzt wieder alles. Ich hoffe. Das ist doch gut. Auf die Aufnahme. Und, äh, wir sehen uns. Bei der Schildkröte namens... Keine Ahnung. Tschüss! Tschüssi! Tschüssi!